Glatt erschrocken. Einmal Realtalk. Bei der MagicCon in Amsterdam wurde hier der ganze Dusk-Morn-Kram vorgestellt. Ich bin leider nicht da, aus privaten gesundheitlichen Gründen kurzfristig verhindert gewesen. Ich ärgere mich so enorm, denn alles, was ich bei Social Media und bei YouTube sehe, ist genial. Ich wäre so gerne bei euch. Aber so kann ich am PC sitzen und mit euch über den First Look at Dusk-Morn-House of Horror. Und es ist hochaktuell, denn am 27. September 2024 kommt Dusk-Morn. Vorher kommt natürlich noch Assassin's Creed und Bloombarrow. Und wir schauen uns auch bald den Collecting-Bloombarrow-Artikel zusammen an. Aber es wurde gerade angekündigt, 27. September. Eigentlich einen Monat zu früh, wenn man überlegt, dass das Horror-Thema ist, hätte es fast an Halloween rauskommen müssen. Ja, gucken wir uns mal ein paar Bilder an. Sowas wie die Story könnt ihr euch selber durchlesen. Nashi, der Sohn von Planeswalker, Tamiyo, ist verschwunden durch eine mysteriöse Tür. Das interessiert mich immer persönlich herzlich wenig. Ich nehme Story nur durch Bilder wahr. Bilder hier aus diesem Set. Vielleicht ist das hier Nashi. Wobei, Nashi ist eigentlich eine Ratte. Ähm. Okay. Hände von der Decke. Ist das hier vielleicht die mysteriöse Tür? Vielleicht ist das auch Nashi. Zombies. Das sieht aus wie ein grün-schwarzer Planeswalker. Und das erinnert mich sehr an Strixhaven. Ninja-Thema. Oh, ist das The Eternal Wanderer? Haben wir wieder... Nashi. Äh. Kaizo? Kaedo? Der schwarz-blaue Planeswalker aus Kamigawa. Haben wir wieder... Ah ja. The Wandering Rescuer. Ach, klar. Es hat wieder ein bisschen Kamigawa-Thematik. In their journey through the house. Das Rescue Team trifft auf viele gruselige Bewohner aus Duskmon. Magix Versuch an einem modernen Horror... Plane? Ach, Plane. Ja, nicht Flugzeug, sondern... Planeten. Plane, wie auch immer. Creepy Aesthetics with the epic worlds that players know and love. Also geil, ich find's cool, dass hier Kamigawa wieder aufgegriffen wird. Hier geht man rein in so'n Monster. Aha. Uh. Eklig. Aber okay. Das sind erstmal so die Artworks, die gezeigt werden, um so'ne Stimmung zu verbreiten, um ein einzunorden, wo wir uns befinden. 27. September at your local Game Store geht's los. Oder auch Amazon. Oder da, wo Magic-Karten verkauft werden. Zum Beispiel bei mir, bei JK Entertainment, bei Carb Market. Duskmon House of Horror. DSK. DSC. SPG. Das trifft uns da. Wir haben hier einen Schmetterling. Das ist das Duskmon Expansion Symbol. Duskmon Commander. Und Special Guests sind scheinbar auch wieder mit dabei. Duskmon ist ein Standard Set. Duskmon House of Horror Commander. Und Special Guests sind Commander, Legacy und Vintage Sets. Und natürlich, wenn ihr die in eurem Draft oder Limited aufmacht, dürft ihr sie da spielen. Ja. Okay. Dann sehen wir jetzt, wie die Produkte aussehen. Und vielleicht kriegen wir auch schon ein paar Karten gezeigt. Das hier sind die Playbooster. Lila gehalten. Mit einem mintgrünen Rahmen. Playbooster Display. Hier wieder. Soll gruselig sein, ne? Collector Displays. Sehr, sehr dark. Aber sieht cool aus. Erinnert mich ein bisschen auch an Stranger Things so leicht. Collector Boosters. Ich werde da ganz, ganz vorsichtig sein. Weil Duskmon. Wir hatten jetzt Modern Horizons 3. Wir hatten ein gutes Thunder Junction. Wir hatten ein schlechtes Murder at Call of Manor. Davor hatten wir Ravnica Remastered. Und ich weiß nicht, wie viel Geld noch so in den Geldbeuteln der Menschen sind. Und wie sie hier die Collector Booster verkaufen wollen. Wo ist der Mehrwert? Vielleicht sehen wir es. Vielleicht sehen wir es erst in einem Monat oder zwei. Es gibt wieder vier Commander Decks. White, Blue, Black. Black, Green. Green, Blue. Und Black, Red. Also viermal schwarz. Schwarz in jedem Commander Deck. Das ist beeindruckend. Also es macht doch irgendwie Sinn. Viermal schwarz. Horror-Thema. Passt. Miracle Worker. Death Toll. Jumpscare. Und Endless Punishment. Vier Commander. Wie wir es fast schon kennen. Dann gibt es auch noch ein Bundle. Mit neuen Playboostern. Würfel. Dieser Bundle-Box. Und. Oho. Duskmon House of Horror Nightmare Bundle. Das muss nichts Besonderes sein. Aber. Traditionell entwickeln sich besondere Bundles ganz gut. Denken wir mal an Gift Bundle. Die gab es in Zendika. Ich glaube Throne of Eldraine. D&D. Adventures in the Forgotten Realms. Crimson, WoW. Und daneben auch Paraxia. All will be one. Wie hießen die denn? Am Ende so diese Phyrexia Bundles. Die Lord of the Rings Gift Bundle. Jetzt die MHA3 Gift Bundle. Und. Tendenziell. Ist bei Wizards. Das Nadelöhr. Die Verpackung. Die sie herstellen. Und diese Würfel. Und so weiter. Nicht die Karten da drin. Nicht die Booster. Sondern die Verpackung. Deswegen wird das hier wahrscheinlich wieder ein begehrtes Produkt sein. Das Duskmon House of Horror Nightmare Bundle. Und auch das hier erinnert mich wieder sehr sehr stark an Stranger Things. Stranger Things Vibes. Wir hatten ja sogar schon mal Stranger Things. Secret Lair. Pre-Release Pack. Ja. Kennt man. Mit einer Pre-Release Promokarte. Hier. Muss ich nochmal drauf eingehen. Nightmare Bundle. Kann man das? Sealed Product Not For Sale. Also hier muss irgendwas noch drin sein, was das besonders macht. Und jetzt kommt's. Pre-Orders aren't so scary with Duskmon. Also ihr könnt es natürlich jetzt schon jederzeit kaufen. Bei Amazon startet es am 28. Juni. Das war gestern. Ähm. Es ist uns klar, dass wir es rechtzeitig kaufen können. Wir sagen, ihr würdet gerne Sachen schon frühzeitig verkauft haben. Lasst euch nicht beirren. Wartet die Spoiler Season ab. Ähm. Klassisch werden die Preise im Pre-Sale günstig sein. Aber meistens nach Release. Ja, auch nicht so schnell bei Standard-Sets nach oben schießen, dass ihr nicht noch reagieren könnt. Dann haben wir eine Buy-Box-Promo. Twitching Doll. Die kriegt ihr ja wirklich nur, wenn ihr im Store vor Ort einkauft. Nicht bei Card-Market. Nicht bei Online-Shops. Meistens. In der Regel zumindest. Ja. No. This Promotion is for in-store purchase or pickup only. Reluctant Role Model. Das ist hoffentlich keine Karte, sondern einfach nur. Ein Foto von der Karte? Naja. Auf jeden Fall gibt es Spoiler. Das weiß ich. Also wir sehen jetzt nicht nur das Produkt, sondern wir sehen auch Spoiler. Und zwar Full Art Manor Lands. Und die erinnert mich sehr stark an Call of Manor. Haben wir dieses Jahr zwei Sets, die sich nicht nur in einem Plane oder auf einem Plane, sondern in einem Haus befinden. Weil Call of Manor offensichtlich Manor. Und jetzt Daskmon House of Horror ist halt auch ein Haus. Finde ich ein bisschen weird. Und gefühlt auch fünfmal das gleiche Setting. Holt mich nicht ab. Finde ich nicht spannend. Sehen für mich 0815 aus. Ich bin kein Fan. Punkt. Double Exposure. Double Exposure and Textured-Fold Double Exposure. Es wird doch immer bekloppter. Was heißt jetzt schon wieder Double Exposure und Textured-Fold. Gut, Textured-Fold Double Exposure kriege ich hin. Da ist nun eine Kamera mit einem Blitz im Haus. Und noch einer. Horrorfotografie. Okay. Sagt mir jetzt nichts unbedingt so als Nicht-Horror-Fan. Ja, das hier ist angelehnt an Horrorfotografie. Double Exposure. Also doppelte Belichtungszeit. Okay. Sieht nett aus. Braucht man nicht. Ist halt jetzt da. Aber wir kriegen The Wandering Rescuer. Und zwar nicht als Planesworker, sondern als Kreatur. Legendäre Kreatur. Mono, Weiss, Flash, Convoke, Double Strike. Other Tab Creatures you control have Hexproof. Und Tobi, der Beastie Befriender. Auch legendär. Auch nur Weiss only. When Tobi, Beastie Befriender enters, create a 4-4 White Beast Creature Token with. This Creature can't attack or block alone. Okay. As long as you control 4 or more Creature Tokens, Creature Tokens you control have Flying. Okay. Also Go White Strategie. Und hier. Flash, Convoke, Double Strike. Weiß nicht, ob man die als Commander spielt. Vielleicht schon. Okay. Das ist The Wandering Rescue in Textured Fall Double Exposure Digital Render. Haunted Texture to these Photographs. Die sehen wiederum ziemlich cool aus mit diesem Rot. Diesen exklusiven Collector Boostern. Aber natürlich auch wieder kein Grund, Collector Displays zu kaufen. Nur um die gleichen Karten hier irgendwie als fancy Variante zu kriegen. Paranormal Frame. Comeback Wrong und Chainsaw. Okay. Auf jeden Fall Horror. Horrorthema getroffen. Comeback Wrong erinnert mich an Wrong Turn so ein bisschen. Destroy Target Creature. If a Creature Card is put into a graveyard this way, return it to the battlefield under your control. Sacrifice it at the beginning of your next unstep. Okay. Opfer. Kram. Ich bin schlecht in Deckball, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Und Chainsaw. Artifact Equipment. Das war es für mich. Boos. Wenn ein Chainsaw enters, it deals three damage to one target creature. Whenever one or more creatures dies, put a Raph counter on Chainsaw. Raph, Raph. A Crypt Creature gets plus X plus zero, where X is the number of Raph counters on Chainsaw. Okay. Wird also stärker mit der Zeit. Weiter geht's mit Mirror Monster. Spiegel Monster. Jetzt, wo wir die Kamera gefixt haben, it's here about that monster behind you. Mirror Monster Cards, another special treatment that you can find in Dusk, one house of horror. Borderless pieces of artwork that center the subject of horror with the house. Ich bin jetzt noch nicht der größte Fan. Doomsday Excruciator. Sechs schwarze Mana, sechs sechs Flying Demon. Nichts für ein Doppel- oder dreifarbiges Deck, sondern für Mono-Black only. Und Screaming Nemesis, Creature Spirit, 3-3, Haste. Whenever Screaming Nemesis is dealt damage, it deals that much damage to any other target. If a player is dealt damage, this way they can gain life for the rest of the game. Ono, Red, Burn? Brudi? Screaming Nemesis. Okay, crazy. Dann haben wir noch weitere Showcase Frames. Und zwar Japan Showcase. Brand new part of Booster Fund is Japan Showcase Cards. Art from Japanese Artists and Illustrators in a march to globally beloved and renowned art styles commonly found in Japanese Hobby Stores. Alter Schwede. Fracture Foil Japan Showcase Digital Render. Ist das linke? Das ist jetzt wirklich Yu-Gi-Oh! 2.0. Ist das hässlich? Sorry. Genauso viele, wie jetzt mir Zustimmung sitzen vor den Computern und sagen, ich bin bekloppt, weil die sagen, das ist wunderschön. Das erinnert mich schon ein bisschen an Anime. Vielleicht so ein bisschen Avatar mäßig. Aber Overlord of the Horned Woods fühle ich gar nicht. Oh, alter Schwede. Und Enduring Tenacity. Snake Glimmer. Alter Schwede. Das sind, also, das ist nichts für mich. Heilige. Ich bin ein bisschen entsetzt gerade. Wie häufig sind die? Japanese Language Collector Boosters will include Japanese Language Versions. Ja, ist klar. Die sind dann Japanisch. Alle anderen Sprachen haben die in Englisch. Okay. Ach, zu 67% in Englisch oder 33% auf japanesisch? Oh, ein Scherz. Japanisch. Fracture Foils are a brand new type of foil that gives already stunning cards an extra level of Flair. Alter Schwede. Das hier soll Fracture Foiling sein. Holt mit 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Kein Yu-Gi-Oh! Alter Schwede. Special Guests kennen wir mittlerweile. Das ist einfach ein Set im Set. Verschiedenste Karten, meistens begehrte Karten. Collected Company, gute Karte. Ja, kommen halt selten drin vor. Muss man fast nicht berücksichtigen. Dann haben wir die Mechaniken. Delirium. Whenever fear of missing out attacks for the first time each turn, if there are four or more card types among cards in your graveyard, untap target creature. After this phase, there is an additional combat phase. Das ist Delirium scheinbar. Attacks for the first time each turn oder so. Und dann vier Karten im Friedhof. Achso, die kennt man schon aus Shadows over Innistrad. Vier oder mehr Kartentypen im Friedhof. Impending. Kennt man das auch schon irgendwoher? Glaube nicht. Cards with impending can be cast for an alternate cast cost and enter with a set number of time counters on them. They aren't creatures when they first enter and you remove the time counters on each of your upkeeps. Okay. Die werden also zeitverzögert zu Kreaturen. Und room cards. That's strange. This room wasn't here before. Dieser Raum war vorher doch gar nicht hier. Bewegliche Treppen à la Hogwarts. Das Haus bewegt sich und hat einen eigenen Geist. Und was sind diese Room-Doors? Room-Karten. Stehen hier nicht. Okay. For now, why don't you take a look at these rooms? Also es gibt Räume. Mehr steht dazu noch nicht. Arch Enemy Returns. Es gibt neue Arch Enemy-Karten. Das finde ich cool. A new horror awaits. Das Video habt ihr ganz zu Beginn gesehen. Und ganz zum Ende schauen wir uns an. Story beginnt 26. August. Also noch knappe zwei Monate. Ganz entspannt. Lebt euch zurück. Genießt Bloomboro und Assassin's Creed. Debüt 31. August. Previews auch 31. August. MTG Arena Release 24. September. Bundle Release 18. Oktober. Die Nightmare Bundles. Wieder mal fast einen Monat später. Pre-Release Event 20. bis 27. September. Und Trick or Treat Halloween Event. Und einen Monat nachdem Dasmon rausgekommen ist. Open House. November 1. bis 3. Ja, es ist spannend. Ich finde, es hätte einen Ticken später kommen müssen. So zu Halloween tatsächlich. Es hat mir ein bisschen zu viele wilde Varianten. Das ist okay. Okay. Das ist schon langweilig. Und das ist nix. Machen wir uns nichts vor. Das ist Dasmon. Das ist Dasmon. Ich verabschiede mich in Urlaub. Die nächsten Tage und Wochen seht ihr ein paar Unboxings zu Modern Horizons 3. Aber auch zu anderen Produkten. Schaut gerne rein. Lasst ein Abo da. Liked das Video. Und schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mir einen schönen Urlaub wünscht. Würde mich sehr freuen. Bis bald, meine Freunde. da. Ja.